Heute 22.10 Uhr bei RTL 2 Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, 12 Monkeys Fall nicht an, ich weiß, das magst du auch Entspann dich, Schatz Mit einer Erkältung oder einem globalen Infekt ist man auf total neben der Spur Gegen Fieber, Schmerzen, Husten und Schnupfen Vic Day Made und sie sind wieder voll auf der Höhe Vic Day Made, schönen Tag auch Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie an Arzt oder Apotheker Die beliebtesten Pommes frites von McCain, jetzt mit 20% mehr Inhalt gratis Geiz ist geil Jetzt beginnt das neue Geizjahr MicroStar Professional 2480 mit Intel Pentium 4 Prozessor Und dem Spiel Herr der Ringe, zusammen nur 999 Euro Jetzt bei Saturn Geiz ist geil! Ganz okay Nee, der nicht Hey, der ist cool Für Hände, die jünger aussehen Die neue Nivea Hunt Anti-Age Q10 Creme wirkt sichtbar gegen vorzeitige Hautalterung Anti-Age Q10, neu von Nivea Hunt Die kompakte Telefonanlage zum Schottenpreis von nur 49,99 Euro Jetzt im T-Punkt Sehen Mit allen Sinnen Hören Mit Haut und Haaren Reden Und mehr als Worte sagen Voll im Leben Sitzen Mensch sein Verstehen Aktion Mensch Es lebe der Unterschied L Is for the way you look at me O Is for the only one I see V Centerparks gibt's jetzt auch am Meer Entdecken Sie die neue Urlaubswelt Gratiskatalog unter 0180 55 800 Centerparks Die riesengroßen kleinen Ferien Jetzt in Freundin So macht Abnehmen richtig Spaß Die Spaghetti-Trennkost-Diät Super leckere Rezepte mit wenig Fett Außerdem Das große Freundin-Herzjagd-Spiel Als extra zum Herausnehmen Freundin Wer eine hat, kann sich freuen Geheimagent Alex Kotz bekommt seinen bisher härtesten Auftrag Sie werden mit einer Zivilperson zusammenarbeiten Ja, Amerika braucht mich oder sowas Oh wei Sieht aus wie eine Sattel Eddie Murphy, Owen Wilson Das ist eine Sattel Alles bei Im Kino Hey Sag mal Wenn du dein Leben noch einmal leben könntest Würdest du alles nochmal genauso machen? Hm Nicht ganz Ich würde von Anfang an meine Brillen bei Vielmann kaufen Brille Vielmann Und wer ist dein Lieblings-Muppet? Einer von den ersten drei Muppets jetzt mit jedem Happy Meal Jetzt haben Frauen mit empfindlicher Gesichtshaut gut lachen Mit dem medizinisch sicheren Weg zu weniger Falten Das neue Eucerin Q10 Fluid Mit körpereigenem Q10 Klinisch bewiesen Sichtbar weniger Falten in fünf Wochen Besonders hautverträglich Das medizinische Hautpflegeprogramm Eucerin Meister Warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Na weil da von den beliebtesten Würstchen Deutschlands das Beste zusammenkommt Probier mal Die sind knackig wie Wiener Würzig wie Frankfurter Und zart wie Bockwürstchen Und darum heißen die Deutschländer Genau Deutschländer von Maika Vom Würstchen das Beste Dieses Jahr ist Knut anders Diesmal fliegen die Bäume nicht aus dem Fenster Sondern kommen zurück Zu Ikea Mit der Aktion Baum zurück für Kinderglück Helfen Sie einem Kinderprojekt Ansonsten ist Knut wie immer Es gibt wieder hunderte reduzierte Angebote Ikea Wohnst du noch oder lebst du schon? Entschuldigung, kennen Sie Reinigungsbenzin? Reinigungsbenzin? Das nehmen doch die in der Reinigung Damit gehen sogar Ölflecken raus Deshalb gibt's jetzt neu Seel Brush & Wash Das erste Fleckengel mit Reinigungsbenzin Das Gel mit der Bürste auf den Fleck reiben Waschen und der Fleck ist weg Seel Brush & Wash mit Reinigungsbenzin Das hat kein Waschmittel Qualität von Henkel Jetzt neu Frohlich im Freshpack Immer frisch, saftig und unwiderstehlich lecker Frohlich bringt Farbe ins Leben Musik at RTL 2 empfiehlt Die verursachen sehr viel Dreck Man müsste einfach sehr viel härter gegen sie vorgehen Das ist doch mal alles erfunden Das stimmt nicht Das verrückteste Familienfest aller Zeiten Opa, geh weg Seien Sie froh, dass Sie mit diesem Typen nicht verwandt sind Prost! Flodder Forever Die Trilogie hat ein Ende Dienstag 20.15 Uhr bei RTL 2 Sci-Fi RTL 2 Der Mensch Mein Plan Gottes Doch der Plan Hat sich geändert Aber alle Menschen wollen keine Superpowerfreaks in ihrer Nachbarschaft Der Mensch Der Mensch Spielt fort Neue Mutanten sind wie ein Virus Eine Krankheit Mutant X Der Serienstart Mittwoch 20.15 Uhr bei RTL 2 Mittwoch 20.15 Uhr geht's los Der Mensch war ein Plan Gottes Doch der Plan hat sich geändert Mutant X Die Serie Fass mich an Ich weiß, das magst du auch Walt Disney Pictures präsentiert So wie es mal Mit Gemütlichkeit Mit Ruhe und Gemütlichkeit Endlich! Deutschlands erfolgreichster Film aller Zeiten wird fortgesetzt Jetzt geht der Dschungelspaß erst richtig los Überrascht mich zu sehen Freuen Sie sich auf Disney's Das Dschungelbuch 2 Ab März nur im Kino 80 Ab und nach Brücke rechts lang 120 Mittellinks plus plus 150 Nachhaus glatt 200 Achtung, Achtung Kuppe fly 120 Dannenwipfel rechts 180 Achtung Kirchtumspitze links 220 Gipfelkreuz voraus Jaja Rein Bull verleiht Flügel Ja Villariva kann wieder glänzen Denn Ferry ist wieder da Ein Grund zum Feiern Ferry Das kleine Wunder gegen Fett Ist wieder da Boss in Motion The Fragrance from Hugo Boss Mh, was riecht denn hier so lecker? Heute gibt's einen richtig deftigen Bauerntopf mit Hackfleisch Das Hackfleisch anbraten, Kartoffeln und Paprika Hey! Und das neue Maggi Fix für Bauerntopf dazu Da sind feine Kräuter drin Unser Tipp, mit mehlig kochenden Kartoffeln wird's schön sämig Mh, na? Ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsgericht Neu und nur von Maggi Fix für Bauerntopf mit Hackfleisch Geiz ist geil Jetzt beginnt das neue Geiz-Jahr Gericom Masterpiece 2440XL mit Intel Pentium 4 Prozessor Und Wireless LAN Nur 1599 Euro Jetzt bei Saturn Geiz ist geil! Neu und nur von Maggi Fix für Bauerntopf mit Hackfleisch Mh, Maggi Komm mal weg, holst du die Bestellung, bitte? Ich hätte gern den Barbecue-Burger für 99 Cent Was? Einen Barbecue-Burger für 99 Cent haben wir nicht Wieso nicht? Ich bin aber kein Arm Eben, den Barbecue-Burger für 99 Cent gibt's nur bei Burger King Die 99ers, drei Burger und vieles mehr für je nur 99 Cent Bei Mischhaut muss ein Make-up hier mattieren, da hydratisieren Neu, Ideal Balance Das erste intelligente Make-up von L'Oreal, das Mischhaut ausgleicht Mattiert fettige Hautpartien und hydratisiert trockene Für einen ebenmäßigen, matten Tarn den ganzen Tag Das ideale Gleichgewicht Neu, Ideal Balance Das beste ausgleichende Make-up von L'Oreal Wenn die Pizza so verführerisch schmeckt wie beim guten Italiener Dann ist es Restaurante Egal wo man isst Restaurante schmeckt immer wie beim Italiener Weissere Zähne in drei Wochen Durch Perl-Weiss Beauty Pearls Das glauben Sie nicht? Mit der beiliegenden Testkarte können Sie selbst überprüfen, um wie viel weißer Ihre Zähne werden Überzeugen Sie sich Perl-Weiss Beauty Pearls Das Glanzzahnweiss für schimmernd weiße Zähne Und so sanft Restaurante schmeckt immer wie beim Italiener Das 24 Stunden Wasser Hey, hast du was Neues? Ja Genau was ich gesucht hab Stark und aber ganz sanft Neu von Nivea Die erste pflegende Antischuppenserie Stark gegen Schuppen Besonders sanft zum Haar Und? Ist es das jetzt? Ganz sicher Neu von Nivea Starke Wirkung Sanfte Pflege Balaton Qualitätswein Der kräftige Rot aus Ungarn Katzen sind sehr wählerisch Und wollen immer das ganz Besondere Wie die neuen Scheber Delicette Die ersten Trockenmenüs, die einzeln verpackt sind So bewahren sie stets ihren unwiderstehlichen Geschmack Scheber Delicette Flüssigspüler gibt's viele Aber nur der 00WC Kraftspüler hat den Trick mit der ausziehbaren Dosierplattform Durch die ausziehbare Dosierplattform bringt der 00WC Kraftspüler die Reinigungsflüssigkeit nah unter den Rand So bleibt der WC auch nahe dem Rand hygienisch frisch Der 00WC Kraftspüler Und am Rand im WC ist alles okay Mit Vodafone Live Bilder von Handy zu Handy verschicken Viel Glück im neuen Jahr wünscht Ihnen Vodafone Du bist sieben Monate alt Nachts verarbeitest du alles, was du tagsüber so erlebt hast Deswegen bewegst du dich fast doppelt so viel wie ein Erwachsener Und das ist ganz schön anstrengend für deine Windel Deshalb haben Pampers Baby Dry jetzt den neuen Koala-Verschluss Der passt sich sogar noch besser deinem Körper an und hilft auslaufen zu verhindern Wer die Welt mit Babys Augen sieht, sieht wie man sie besser machen kann Der neue Koala-Verschluss Von Babys inspiriert, von Pampers kreiert Vodafone Live hat die neuen Foto-Handys Mit integrierter Digitalkamera und bis zu 65.000 Farben Jetzt schon ab 199 Euro im Vodafone Shop kaufen Vodafone Live Der Geheimdienst der USA für seiner schwersten Aufgabe Alle diese Männer gehören zu El-Kaida Eingeschworen auf einen heiligen Krieg gegen die Vereinigten Staaten Und alle Nationen, die sie als unsere Freunde einstufen Der Kampf gegen einen Gegner, für den das eigene Leben nichts zählt Ich darf niemandem sagen, wo ich wohne Wie ich wirklich heiße Wo ich arbeite Wir haben einen Hinweis auf die Terroristen-Server Aus München Also los Wolfgang Petersen's The Agency Ab 15. Januar bei RTL 2 Der Januar bei RTL 2 Die ganz großen Füsse Die ganz großen Stars Hard Ray Mit der steigenden Flut macht er ein Ende mit denen, die seiner Macht spotten Und verfolgt seine Feinde bis In die Dunkelheit 101 Dalmatina Packen Sie sie mir bitte ein Ich nehme Sie gleich mit Dracula tot aber glücklich Guten Abend Habe ich sie vielleicht erschreckt? To Monty Das Gesetz des Dschungels Du gewöhnst dich dran Desperado Sie haben die Frau umgebracht, die ich liebte Es ist leichter zu zerstören, als zu erschaffen The Game Mir reicht das langsam Ich habe die Nase endgültig gestrichen Voll davon 12 Monkeys Ich kann sie nicht mehr retten Niemand kann das Der Januar bei RTL 2 Hong Kong Perdi, komm doch wieder Heute 22.10 Uhr bei RTL 2 Bruce Willis Brad Pitt Madeline Stowe 12 Monkeys Fass mich an Ich weiß, das magst du auch Anschnallen Leute Eine neue Runde Eine neue Wahnsinnsfahrt Jetzt geht's wieder los hier Zacki, zacki Und jetzt eine Runde über Kopf Wer hat noch nicht Wer will noch mal Der Joghurt mit der Ecke Kann man knicken, muss man aber nicht Alles müller oder? Was? Neu auf Video und DVD Die Fortsetzung des Meisterwerks Ein kleiner Hund kommt groß raus Eine völlig neue Dimension Genau wie sein Lieblings-TV-Star Eine Riesen-Story Disneys brandneues Abenteuer 101 Dalmatiner Teil 2 Auf kleinen Pfoten Zum großen Star Sieh dir nur die süßen Lieblinge an Jetzt auf Video und DVD Vollwertig ein Meeren? Klar, Pizza nur mit Rucola Bier und Korn Sind ohne Vollwertige Mahlzeit Und schmeckt Was Vollwertiges Ja Wird ein bisschen Schlagsahne drauf Ach was, Kellogg's Cornflakes Jetzt auch als Vollkorn Vollkorn mit Früchten Und Meerkorn mit Früchten Allerstoffe Schmeckt eher nach Frucht Jetzt testen Anrufen, 3000 Euro gewinnen Und kostet nicht mal Ökosteuer Statt Rabatt Damenblusen oder Herrenhemden Je 5 Euro Das kann nur C und A Als Kind hab ich mich immer gefreut Auf Tante Martha Und auf Schinkenspicker Die Schinkenwurst Frisch vom Rost Und mit echtem Pommernschinken gespickt Das Beste war natürlich die Scheibe extra Schinkenspicker aus der Rügenwalder Mühle Grob und fein Die muss es sein Neu und fühlbar softer Die neuen Seba Softies sind so soft Dass sie alles andere vergessen Die neuen Seba Softies Neu von Seba Leckere Erdnusslocken Jetzt auch in Italien-Style So verwirrisch Ey los Erdnusslocken haben jetzt richtig feiert Mexican-Style Erdnusslocken gibt's in Classic Und jetzt neu In Italien- und Mexican-Style Unbedingt probieren Noch eine neue Stärke The Dome 24 Mit Roman Keating und Jeanette Die Chartparty der Megastars Mit B3 und Last Ketchup Mit Avril Lavigne Roses und Christina Aguilera 40 Mega-Hits Mit Pink und Xavier Naidoo The Dome 24 Willst du meine Frau werden? Oh mein Gott Was tust du, wenn du schon verheiratet bist? Oh mein Gott Oh mein Gott Sweet Home Alabama Liebe auf Umwegen im Kino Oh mein Gott Schön schaust du hast, Daisy Sehr schön Komm Jetzt hätte wohl jeder lieber eine Katze Schliesslich gibt's jetzt bei Fressnapf Eine Probierdose Gourmet Gold Geschenkt Fressnapf Alles für ihr Tier Eine Welt voller Zauber Wie du hinkommst, erfährst du im Reisebüro Oder unter DisneylandParis.com Daisy Dich gebe ich doch niemals Schade Denn jetzt gibt's bei Fressnapf Eines von 14 leckeren Gourmet Gold Menüs geschenkt Gut gelaunt abnehmen mit der Woman Diät Was die Liebe stark macht Gesundheitscheck mit Woman Fit ins neue Jahr Am besten alles Wurmen Puzzlen und Träumen Puzzlen verbindet Puzzles zum Verschenken Puzzles Nur von Ravensburger Hast du den Mut, nach Hogwarts zurückzukehren? Die Macht, deine Feinde zu besiegen? Die Magie, das Böse zu überwinden? Dann trau dich, die Kammer des Schreckens zu öffnen Wir sind das Projekt 2003 von Mediamarkt Wir wollen ein billiges neues Jahr für alle Und deswegen gibt es jetzt das Garycom Notebook Mit 2,2 Gigahertz 40 Gigabyte Festplatte DVD-CDRW-Kombolaufwerk Und Windows XP-Betriebssystem Für in Deutschland erstmalige 1299 Euro Gute Arbeit Mädels Aber jetzt bloß nicht nachlassen Mediamarkt Ich bin noch nicht blöd If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you But there never seems to be enough time To do the things you want to do Once you find them I've looked around enough to know That you're the one I want to go through time with Hollywood at RTL 2 Die absoluten Spielfilm-Hits im Januar nur hier RTL 2 und TV Today verlosen dazu sieben hochwertige DVD-Rekorder von Philips Europas digitaler Videorekorder des Jahres Damit Sie kein Fernsehhighlight verpassen Rufen Sie jetzt an 01379 30 30 80 Vervollständigen Sie den RTL 2 Spielfilm-Titel 101 Warme Wiener, Dalmatiner oder Schräge Hühner Hollywood at RTL 2 CRIME at RTL 2 Ernst Finnen führt ein Doppelleben Tagsüber erscheint er pünktlich zur Arbeit Nachts haust er als Obdachloser in einem Zelt Dort wird er am 15. Mai 1992 von mehreren Tätern überrascht, gejagt und zu Tode gequält Wir brauchen die Hilfe der Zuschauer Mit der Hilfe der Zuschauer können wir möglicherweise den einen oder anderen Fall aufklären Darum bitte ich darum, sich zu melden, wenn man Hinweise geben kann Ungeklärte Morde Dem Täter auf der Spur Sonntag 20.15 Uhr Bei RTL 2 Hollywood Bei einem Spiel, dessen Regeln keiner kennt Jumanji Ein Spiel für jeden, der drauf sind, wie er seiner Welt entrinnt Bei dem die Konsequenzen unvorhersehbar sind Der Würfel muss 5 oder 8 ergeben Sonst musst du ewig im Dschungel leben Sollte man jemanden fragen, der sich damit auskennt Nicht! Robin Williams in Jumanji Nächsten Freitag, 20.15 Uhr, hier bei RTL 2 Gleich hier bei RTL 2 Bruce Willis Brad Pitt Madeline Stowe 12 Monkeys Sprechen Roger, mein Liebling Ich hab eine kleine Überraschung für dich Ich hab eine kleine Überraschung für dich Jetzt neu, Frohlich im Freshpack Immer frisch, saftig und unwiderstehlich lecker Frohlich bringt Farbe ins Leben Diese Sendung ist für Zuschauer unter 60 Jahren nicht geeignet Ich hab eine kleine Überraschung für dich Ich hab eine kleine Überraschung für dich Vielen Dank.